Es explodiert. Es groovt. Es fließt. Es zentriert. NIA. Mit Ann Christiansen. Und die NIA Ausbildung. Fünf Gürtel, fünf Baits. Jeder eine Weiterentwicklung. Von weiß über grün und blau bis braun und schwarz. Ich habe einen ganz bewusst als meine Trainerin ausgewählt nach dem ersten Bait. Ich möchte alle Baits mit anmachen und ich würde auch auf jeden Bait warten. Gott sei Dank unterrichtet sie jetzt alle Baits. Jede Bait ist eine Reise, vor allem zu mir selbst, bei der ich mich besser kennenlerne. Und ich erfahre Mia über die Technik von NIA. Bei einem Bait treffe ich auch Menschen, die NIA überall auf der Welt unterrichten. Die Baits bieten jedem Teilnehmer eine optimale Atmosphäre zum Lernen. Den Körper zu spüren, zu üben. Mit jedem Bait habe ich Sicherheit gewonnen, Entspanntheit und Glücksgefühl. Ich weiss, was ich möchte, was ich erreichen möchte. Ich weiss, wohin ich will und wie ich dahin komme. Ich bin vielmehr bei mir. Es macht einfach Spaß. Ich komme zum Welt, um mich zu erleben. Ich lerne und erfahre, wie ich mich selbst verändern kann. Aber vor allem ist so viel Verspieltheit und Freude dabei. Das ist es, warum ich hier bin. Der White Belt bei Ann Christiansen ist die erste der fünf NIA-Ausbildungsstufen. Sieben Tage lang zeigt Ann alles über die Grundlagen von NIA, in Theorie und Praxis. Ann ist einfach einzigartig. Sie versteht es, aus jedem ganz viel rauszuholen. Sie lockt einfach verborgene Talente hervor. Es ist faszinierend, weil ihr Weg, etwas zu vermitteln, direkt in meinem Herzen ankommt. Ich spüre es und lerne schneller. Nach dem White kommt der Green Belt. Er ist vor allem für die, die NIA unterrichten und teilen wollen. Das Wichtigste für mich ist, wenn ich ein Belt bei Ann mache, dann wachse ich nicht nur als NIA-Teacher, ich wachse auch als Mensch. Wer den Blue Belt macht, erlebt bei Ann Nias Philosophie zum Thema Kommunikation und Beziehung. Nicht nur durch Worte, sondern auch auf emotionaler und energetischer Ebene. Ihre Präzision, ihre Klarheit, dass ich den Eindruck habe, dass sie in jeder Ecke ihrer eigenen Person ganz, ganz tief hineingesehen hat. Und dadurch ganz, ganz viel Mitgefühl transportieren kann. Sie ist sehr warmherzig. Man fühlt sich beim Lernen sicher. Ich wollte es unbedingt mit anmachen. In einer NIA-Stunde wird all das Wissen aus den Belts lebendig. Diese Mischung aus meisterhafter Technik und humorvollem Mensch, das ist es, was es magisch macht. Der NIA-Brown Belt. Lernen, mit Energie umzugehen. Körperlich wie auch mental. Ann macht die NIA-Belt für mich zu etwas Besonderem, Einzigartigem, etwas Speziellem. Und zu etwas, wohin ich gerne zurückkehre. Immer und immer wieder. Freude an der Bewegung. In einer neuen Dimension. Die NIA-Belt mit Ann Christiansen. Jetzt. Die NIA-Belt-Saison. Die NIA-Belt- servihrt durch Pol. jumping economischer Dimension. W z wie. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.